und herzlich willkommen bei einer neuen runde let's play the binding of isaac mal wieder man sieht hier die purest habe ich immer noch nicht geschafft werde ich auch nicht machen ich spiel es lieber im moment mucke an und wie spielt man eine runde mit da ganz normal isaac fangen wir mal mit isaac wieder an könnte mit der runde vielleicht ein bisschen ein mühlaut sein muss man sehen dass ich gerade hier nicht so allzu sehr übersteuern so geht das so schon besser er könnte wieder ein bisschen laut sein wenn mein bruder wieder austrickt hier alle mucke anmachen so laut wie es geht bald mal keiner im haus ist oder wenige im haus sind doch kaputt ja aber geheimraum gefunden direkt geld brauche ich nicht noch mehr bombentypen hallo oh danke mal keine bombentypen sondern diese kopflosen wo gerade sagen kopflose reiter aber das sind da keine kopflosen reiter weil sie nicht reiten tete ein herz und einmal eine kiste bitte mit einem herz und geld drin sehr schön hallo bums kaputt nummer eins und kaputt nummer zwei da ich ja kaputt haben noch schlüssel bekommen da ist der bosch da gehen wir noch nicht hier wir bombentypen der verarschen die kaputt dankeschön das brauche ich nicht wir machen uns jetzt noch kurz auf den weg zu dem goldraum nicht oder bin ich falsch abgebogen weil ich gerade wieder hier auf auto die geguckt habe ob das jetzt wieder in ordnung ist mit waren wie man eine lautstärke so die sich nicht übersteuern und so weiter haben wir ja mit lefrodit in per probleme aber ich sollte jetzt mittlerweile behoben sein magnet der mit sehr schön der mit ab ist immer sehr gut wir brauchen du fehl ist an diesem magneten herrn kann ich sehr viel mit anfangen diese dinger nerven auch denn die können gar nichts wenn wirklich so dumm ist und da rein rennt ist man wirklich blöd hätte ich aber es noch rein rennen müssen hallo die nerven schon ein bisschen mehr die kleinen fische die kleine spinne aus deren arbeitsschaft meine groß ist denn das hier ist das ein xl xl steht unten links sehe ich gerade da sein shop aber wir haben nur sieben da muss jetzt nicht unbedingt rein und rums und rums sehr schön da so viele davon womit doch verarschen hey geschafft hier ist noch einer aber ja kein schlüssel rums schlüssel perfekt ne ich glaube nicht moment mal ich glaube nämlich auch nicht gut das sieht ja interessant aus wenn ich hier im mikro ausmachen auf audacity schon nie gesehen macht wirklich einen riesen bogen man hört das ja auch im video dieses kleine glück und dann können wir auch richtung boss gehen mittlerweile da ist noch ein raum mindestens können auch noch zwei sein nur noch ein raum mit spinnen auch weg weg aber du kommst hier zu nah wir haben ein herz wieder bekommen also werden hier nichts verloren durch den raum Wie immer natürlich die Aufnahme bis wir sterben oder bis wir gewonnen haben. Erstes wird wahrscheinlich öfter passiert. Und jetzt gucken wir uns mal den Bosch an. Fimheim. Oh, in blau. Was ist denn in blau so schönes dran an der? Macht ihr nur diese Spritattacken? Bäh. Oh, random. Na jetzt gerade, jetzt wieder nicht gerade. Also jetzt fliegt sie wieder. Komm her. Oh Gott, oh Gott. Wob ich doch verarschen. Gib mir doch normale Gegner und nicht gleich blaue. Hahaha. Ähm, Meat Boy. Essen. Schon besser als Meat Boy. Meat Boy brauche ich nicht unbedingt. Pin. Pinny, pinny, pinny. Pin, pin, pin. Pinny, pinny, pinny. Pin ist jetzt nicht so allzu schwer, finde ich. Als Gegner. Vor allem nicht, wenn der, genau, wenn er spuckt. Dann ist der nämlich immer noch verwundbar da an der Stelle, wo der halt gerade war. So, wo der rausgeguckt hat. Wo er rausgeguckt hat. Wo er rausgeguckt hat. Wieso immer in die gleiche Richtung. Na komm. Wow. Und wir kriegen Unterwäsche. Range Up. Was haben wir hier oben drin? Den Vertrag. Mitnehmen. Damage Up. Und das ist, glaube ich, richtig gut. Ich hoffe mal. Lalalala. Spinne weg. Und ich gucke, dass ich die hier irgendwie kaputt mache, ohne vielleicht allzu viel Aufmerksamkeit auf mich zu erregen. So wie hier jetzt gerade. Ja, renn mir noch in Lauf. Blöding. Ich hasse Spinnen. Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, das habe ich irgendwo schon mal erwähnt. Oh, hallo. Ähm. Muss ich euch freilassen? Scheint so. Dradadadadad. Ähm. Keine Schlüssel. Aber hier ist nur Katakombs 1. Na geil. Das musste ich jetzt machen, anders ging's nicht. Ich konnte da nirgends hin. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Endgegner. Hm. Wo ist dann irgendwo noch der Golden Alarm Chain? Ah, Spinnen. Ah. Geht weg. Die bewegen sich irgendwie so komisch. Die bewegen sich wie Läufer. Öfters. Also vom Schach. Ne? Wer noch Schach kennt. Mhm. Komm. Herzen. Super. Daher gibt's irgendwas Interessantes. Ich hätte gerne einen Schlüssel gehabt. Vielleicht krieg ich ja noch einen gleich, wenn ich hier alles besicht hab. Hahaha. Aber hier gibt's doch auch wieder normale Gegner und nicht immer diese Wreff. diese DLC-Gegner. Find ich ganz nett. Weil immer nur die, die sind auch ein bisschen langweilig. Ah, ja geil, die. Die will ich nicht haben. Die will ich nicht haben. Die könnte behalten. Ich will aber auf jeden Fall gleich das Herz. Waddup, 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 waddup. Kann doch nicht wahr sein. Mache ich jetzt noch ne Runde oder nicht? Hm. Ich weiß nicht. Komm, wir versuchen nochmal The Purist, soweit wir kommen. Curse of the Labyrinth. Direkt. Und XL. Rums. Hier ist ja jetzt wenig zu holen eigentlich. Ja, geil. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwie keinen Schlüssel oder so. Nein, nein, nein. Gib doch mehr. Ich will keine Spinne. Komm hier hin. Flammtes Spinn-Ding. Ja. Komm dann raus, wenn ich direkt davor stehe. Ja, wie kommst du denn da durch? Bala. So. Ein bisschen Levy dazu gekriegt. Ich hätte auch gerne Schlüssel, damit ich wenigstens an die Truhe da... Oder die öffnen kann. Und rankommen, tue ich ja schon. Da habe ich ja schon nicht etwa zwei Bomben. Sollte erreichen eigentlich, um dran zu kommen. So eine dritte Bombe, jetzt reicht es auch für den Fall. Du, 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 du. Spinne interessiert mich nicht. Ich mache die Scheiß auf den Weg. Schlüssel. Perfekt. Es gibt ja eigentlich keine goldenen Räume hier. Das weiß man dann, glaube ich. Und dann gucken wir mal jetzt hier erstmal in die Goldtruhe. Die andere kann ich auch gleich aufsprengen. So. Was haben wir hier drin? Leben. Richtig gut. Und zwei Schüssel. Na geil. Hätte ich... Ja. Ja. Hm. Ich mag euch auch. Oh, darauf habe ich jetzt endlich hier Bomben gekriegt. Und zwei Herzen. Zwei Rüchtungscherzen. Das finde ich jetzt auch gerade ein bisschen bescheuert hier. Geht kaputt. Dankeschön. Und nochmal einen Schlüssel. Warum bin ich denn erst da unten rumgegangen, wenn ich hier oben schon wieder Schlüssel gebe? Ich quäschel nicht, ich weck nicht. Das ist auf jeden Fall ein Shop gewesen, gerade habe ich gesehen. Das bringt uns ja auch nichts mit zwei Münzen. Peng, 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 peng. Uh, Fliege. Ach, da hinten ist noch eine Spinne, habe ich gar nicht gesehen. Geht kaputt. So, noch eine Bombe. Jetzt zeige ich dir mal die ganzen Bomben. Yay. Ach du meine Güte. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Geld. Das heißt, wir gehen mal eben in den Shop rein. Was haben wir denn da, still nicht? Ähm, ja super. Kaufen wir wieder einen Schlüssel. Wer weiß, wer weiß, was hier noch kommt. Und wir gehen aber treu Richtung Boss, der muss ja jetzt irgendwo hier sein. Hallo. Spinni. Dann kommt hier oben raus, mir egal. So, Blaustein. Ups. Und noch ein Leben. Also ein Herz. Kein Leben. Ein Lebensherz. Ein Leistungsherz. Keine Ahnung. Wie nimmt man die Dinger? Lebensteile. Ich weiß es nicht. Weck, weck. Wo ist denn der verdammte Borsch? Können wir noch ein bisschen Geld scheffeln, aber... Will ihn nicht unbedingt. Haha, jetzt haut doch ab. Mein Gott, wo habt ihr euren Borsch denn hingesteckt? Ups. Und Nummer zwei auch. Noch mehr Schlüssel. Schlüssel. Zzz. Zzz. Leben. Meine Güte, wo ist das denn? Sieht beinah aus, als gäbe es dir überhaupt keinen Borsch. Ich verchattel mich schon in meinen eigenen Wörtern und brauche auch nicht schon wieder so einen Raum. Wer kommt denn auf die Idee, so einen Raum zu machen? Was ist denn nur... Ja. Ich sag mal gar nichts. Wo ist denn der verdammte Boss? Da unten. Kann er doch nicht sein. So lange dauert den Boss zu finden. Ups. Ja. So. Doch, stehen wir bei Widow. Ja, in schwarz. Mhm. Ist logisch. Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug Probleme. Und jetzt auch noch so viele Spinnen hier. Ah, verliegt doch gleich schon wieder. Ich sehe doch schon kommen. Aber ich kann auch einfach diesen blöden Spinnen nicht ausweichen. Die auch dauernde Weg sind. Ja, was zum Teufel? Dann schieß doch. Ja, siehste. Ich verstehe das nicht. Oder Seta. Eher gesagt. Nicht, siehste. Ich treffe die große Spinnen hier nicht mal wirklich. Weil da unten wie kleine Spinnen den Weg kommen. Ja, komm. Haben wir es gleich geschafft. Sind wir gleich tot. Ja, geil. Ja, geil. Komm, komm, komm. Steb noch. Das schaffst du. Ah. Geh kaputt. Super. Ah, jetzt muss ich sagen, wir leben wieder. Schnappen wir euch hier noch rumliegt. Ich pinke schon an jede Tür. Jeden Türbogen, ja gesagt. Da oben ist auch noch was. Da nehme ich auch noch mal mit. Kann ja nicht schaden. Und dann gleich nochmal so ein Video kommt. Nee, das bin ich echt geliefert. Denn ist das vorbei heute. Hat er nicht sogar noch mehr. Guck mal, wir können uns ganz wieder voll machen. Und wir haben die Karte Dash dabei. Wenn der jetzt nicht gleich pin ist oder so, dann wünsche ich es ja auch. Na, ba. Ja, gut. Schon wieder blau. Komm, Death. Benutzen. Auf jeden Fall einiges an Leben abgezogen bekommen, aber irgendwie sehr viel geholfen hat es auch nicht. Mein Gott, bleibt doch mal stehen. Au. Jetzt geht das wieder los. Komm, hau ab, hau ab. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Dankeschön. Und den Kybub meet. Naja. Mh, Caves 1. jetzt. Bla, 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 bla. Zack. Und. Komm, letzten auch noch. Komm, komm, komm. Ja, no hit. Oh, hallo. Ihr seid nicht so schlimm. Aber ich kann mich nämlich auch so treffen, ohne dass ich warten muss, wie es hier aufgeht. ähm, nö, da hinten muss ich nicht unbedingt rein ach nein, 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 geht kaputt geht kaputt, geht kaputt, geht kaputt, die hasse ich, die Dinger fast so schlimm wie die Spinnen geht doch kaputt ich brauche gar keine Damage ab, das ist so schlimm nein, ich spiele noch nicht so viel die Dinger sind ja nicht essentiell wichtig hier platsch, platsch platsch, platsch so, gehen wir gleich zum Boss hier, sowieso nur Müll oh geil hier hinten, hier hinten hin hier hinten, hier hinten hin na gut, dann setze ich halt selbst eine Bombe uh, ein Rüstungsherz immer nett ja, macht dein eigenes Viecher kaputt das hilft mir noch mehr aber der übertreibt auch ein bisschen, oder? ist der schon immer so schlimm gewesen? ich glaube nicht ja, das braucht noch gleich immer direkt zwei ups da bin ich eigentlich noch weg gewesen, aber na gut wenn das Spiel das schon meint bis hier hinten kommt er, ne? doch kommt er, verdammt das schaffe ich nicht das schaffe ich nicht egal wie ich mich anstelle das schaffe ich nicht rums und da bin ich gleich tot ja, super hilft mir jetzt auch nicht, dass der Kopf da weg ist oder? weil dann kann er nur noch Fliegel spawnen aber sollte er dann jetzt doch nicht eigentlich zu schwierig werden, oder? ich weiß nicht hm, Telefon äh ja, Moment, Moment, Moment da kann ich gleich dran gehen ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut ah so hey, guck mal, was du willst hi, was willst du? ich bin am aufnehmen ja, kannst du ruhig weiterreden mir ist doch egal äh, höchstwahrscheinlich ja aber ist nicht zu schlimm ich bin sowieso gleich tot ja, Isaac mal wieder eine Runde, aber tot ja, ist nicht so gerade naja, wie man es nimmt wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf im nächsten Isaac View bis dann, tschö